Hallo Welt, neuer Tag in Orlando. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber der Prüfstank ist unglaublich laut. Ja, ich bin jetzt schon in den Sportklamotten und werde gleich in den Fitnessraum gehen, denn ich bin schon auf Trainingsanzug. Ja, ist nicht groß, aber ich denke, so ein paar basic Sachen kann man machen. Gestern waren wir im Miami Wildlife, nein, nicht Miami Wildlife, Florida Wildlife heißt es, im Kleiderpark mit Erbratur, Alligatoren, Zebras, Faultieren, Vögeln aller Art und so weiter. War richtig cool, war richtig schön angelegt, war auch ziemlich heiß, Sonne gescheint, 30 Grad hat es, nein, es hat glaube ich 35 Grad gehabt, Luftfeuchtigkeit 90 Prozent oder so. Ja, war sehr heiß, war sehr schön. Leider haben wir beim Airboard nur einen Alligator gesehen. Der Wind hat da wohl während des Vormittags gedreht, ist wärmer geworden und das mögen die nicht so, so zumindest der Tourguide. Ja, an sich aber trotzdem eine cool Tour gewesen, voll durch Schilf durch, haben auch sehr, sehr viele andere Vögel gesehen, Weißkopfadler oder ich weiß diese Namen mit alle gar nicht. Am coolsten sind aber diese, die kleinen Vögel gewesen, die nicht fliegen können und der mit dem Airboard einfach drüber gefahren ist. Und die sind dann abgetaucht und ja, man muss sich keine Sorgen machen, hat er zumindest gesagt. Ja, heute ist ein ruhiger Tag, wir gehen jetzt erstmal Sport machen, danach machen wir unser Frühstück. Wir waren gestern bis um halbein in der Früh noch beim Walmart einkaufen, nachdem wir im Longhahn-Stackhaus waren. Und ja, ich bin ziemlich kaputt, weiß auch nicht so, was ich sagen soll heute. Mal schauen, nach dem Sport bin ich bestimmt wieder ein bisschen fitter. Ich wünsche euch einen geilen Tag und bis zum nächsten Vlog. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training. Ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich euch einfach mal die Anlage ein bisschen. Insgesamt ist das eigentlich ein recht relativ hoher Komplex. Da hinten ist die Hauptstraße, die läuft so. Auf der anderen Seite, wow, jetzt läuft die Kamera an. Ja, da vorne ist die Hauptstraße, auf der anderen Seite ist auch immer so ein Komplex. Insgesamt gibt es vier Pools. Ja, das sind lauter schöne Ferienwohnungen. Wir haben jetzt hier auf der Seite den Tennisplatz, auf der anderen Seite da drüben das Fitnesscenter und einen Pool. Hier steht unser Auto. Und ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Hier sind noch weitere Ferienwohnungen. Und wenn wir uns mal umdrehen, dann ist das hier die Wohnung, wo wir sind. Hier ist die andere Seite von diesem Fitnessraum und der Pool. Da vorne ist die Einfahrt und so ein Komplex gibt es eigentlich insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal. Wir mussten auf jeden Fall die dritte Einfahrt reinfahren. Und auf der anderen Seite, da müssten es vier oder sogar fünf solche Komplexe sein. Und jetzt gehen wir mal da rüber. Und dann ist da auf der rechten Seite der Eingang zu unserer Ferienwohnung. Das Ganze geht ja über zwei Etagen. Und der Eingang ist da schon in der ersten und wir erst dann die zweite Etage.